Live-Musik und bestes Wetter. Zehntausende Menschen feiern am Donnerstagabend auf dem Schlossgrabenfest. Thomas Raths, Polizeidirektor von Darmstadt, hat das Geschehen von der Polizeieinsatzzentrale im Darmstadtium im Blick. Erwartete 400.000 Besucher während der vier Festivaltage für Darmstads ranghöchsten Polizisten kein Grund zur Beunruhigung. Ja, also logistischer Aufwand ist dadurch, dass es eine Viertage-Lage ist, sicherlich eine gewisse Herausforderung. Aber letztendlich ist es für uns eine Einsatzlage wie viele andere Einsatzlagen auch, die wir entsprechend vorplanen und wo wir dann auch gut gerüstet an den Start gehen. Professionelle Routine also. Mehr Details zum Einsatz, wie zum Beispiel die Anzahl der eingesetzten Polizisten, will Thomas Raths nicht verraten. Aus einsatztaktischen Gründen. Eine besondere Rolle spielt in diesem Jahr das Sicherheitsgefühl der Festivalbesucher. Natürlich spielen da auch die politischen Verwicklungen, die Anschläge der letzten Monate, letzten Jahre weltweit eine Rolle. Mittlerweile erlebt man eine große Zufriedenheit und Freundlichkeit der Gäste hier, der Bürger, die froh sind, dass sie entsprechend Polizei sehen, dass sie Sicherheitskräfte sehen, dass sie das Gefühl haben, man kümmert sich hier um sie. Und das ist auch mein Anliegen. Ich möchte, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen und ein schönes Fest genießen können. Und das erlebt man auch als Polizist, wenn man hier auf Streife läuft. Das Verhältnis ist sehr angenehm und es wird beschätzt, dass wir da sind. Prävention durch Präsenz, so lautet ein Teil des Konzeptes des Einsatzes auf dem Schlossgrabenfest. Die meisten der Festivalbesucher, so Thomas Raths, seien aber eh gekommen, um friedlich zu feiern. Wie auf jedem anderen großen Fest auch, haben sie hier mit vielen Menschen zu tun, die hier friedlich feiern wollen, die ein schönes Fest erleben wollen, die hier die Chance haben, kostenlos Künstler zu sehen, bei denen sie sonst viel Geld ausgeben müssten. Und natürlich haben sie hier auch Leute, die Stress machen, alkoholbedingt oder auch so Körperverletzungen, BTM-Delikte. Aber man muss auch mal sehen, wie viele Menschen hier friedlich feiern, die Musik genießen und dann bleibt das im absoluten Rahmen. Also wir haben bis jetzt wirklich ein sehr schönes, ein sehr friedliches Fest bis heute Abend erlebt. Nach den vier Festivaltagen ist denn auch für Thomas Raths Entspannung angesagt. Dann geht er in den wohlverdienten Urlaub.